Let's let's escalate Let's let's escalater LET US ESCALAịINT Fangt an wenn ihr ready seid Wir kommen zurück Warum sind wir jetzt hier? Warum sind wir gestorben? Also an mir lags auf jeden Fall nicht komisch ne? also ja, auf jeden Fall nein, jetzt ist dein Zeck, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein hey, ich hab mich gerettet jetzt mal dein Portal irgendwie bist du günstiger? ja, so passt eigentlich geht durch, sobald du wieso hält das nicht? kack, scheiße, kack, scheiße, kack, scheiße easy ganz easy so, jetzt brauchen wir da oben ein Portal noch irgendwo aber warte mal, meines sind ja die da warte ich bin jetzt hinter dem Ding lang los geht's was? lass mal auf gut Glück klar nice, oh nein hä, was hab ich hier? das ist der turret wieso, wie hab ich die mitgenommen? mit X? das ist so ein aufloser Weg, die du mitnehmen kannst die Frage ist ok ok komm direkt ja keinen Bock auf die Scheiße kaching ist das mit dir immer leichter hm, lass das mal dir ok ok ok, wenn man sich hier drauf stellt, dann fährt er um noch so eine Plattform aus die man an an dingsen kann anbumsen haben wir irgendwo noch eine Energiewand an machte die geht schon dort nach dort dort raus und dort einfach nur an die Wand da ist jetzt nichts guck mal da hinten ist was hm so ein Ball dings na oder da wird wahrscheinlich ein Würfel drin ist aber da kann man auch ah ok, der Würfel wird dann hier rüber geschmissen durch das Loch hier und dann müssen wir dort auch noch ein Portal machen und vorher müsste den Reifen noch entzünden hm vorher müsst ihr den Reifen noch entzünden den Reifen? na wenn der da durch springt der Ball warte warte der Knopf wird das wenigstens synchronisierst du deinen eigenen Winzen treffen sich zwei Jäger beide tot der Knopf muss halt irgendwo dort hinten sein aber wie sollen wir denn dahinter kommen? ja da das scheint das Rätsel zu sein ah warte mal du machst hier einfach ein Portal hin und da oben hin und einer läuft hinter uns durch einfach also hier und kommt dann da hinten genau raus und musst das halt schnell aktivieren am besten nur weil ich das schutz ja ich scheiße nicht da auf das Ding hier die ja die gucken nicht nach hinten alles gut auch so so jetzt kommt es da raus oh nein das war zu früh schön 20 Bälle oh ich sind total weg ne du brauchst du das nicht so schlimm bau das Ding wieder auf ich muss den Ball wo muss der eigentlich hin zu mir damit na gut oder hinten war's raus ne quatsch das ist doch gar nicht für Bälle hier jetzt kriegst du auf jeden Fall was an ok aber wir können ja zumindest mal den hier lassen und die Bälle sind alle weg du kannst jetzt unbegrenzt her schießen ohne das stehen bleiben muss ne aber der verschwindet der Dürfel da wird neu gespawnt und dann verschwindet der aber hat reicht das oder brauchen wir die Bälle nicht mal was wir ne du musst eigentlich nur hier rüber ach ne dann Ball haben die und auch wieso da erstmal das Ziel ne da das kann man ja ich muss hier theoretisch nur noch durchgehen ich mach einfach mal dann war mich ab du machst jetzt noch mal das total und wir gehen da beide durch dann sind wir ein bisschen weiter aber wir müssen uns auch noch vor denen irgendwie schützen na aber wir sind ja erstmal safe wir haben ja das stimmt das stimmt ok komm hier hier kann man überlegen so und das Ding ist wenn wir halt hier zu weit gehen dann sind wir halt einfach tot es sind Null Tage vergangen seitdem Micha bei Letzteskelett gegessen hat oder warte können wir nicht einfach quasi ich hab ich hab ich hab ne Idee ich hab ne Idee hinter den drück mal 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 Michal, was meinst du, wie sie sich fühlen, während die auseinander geschraubt werden? Ja, entweder so ein bisschen so, mhm, aah, mhm, oder eventuell auch so. Wie sieht eigentlich unsere Spüle gerade eben aus? Eher so, mhm, oder eher so. Oh, 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 oh. Was ist da eigentlich passiert in der Spüle? Oh, steht denn die so unter Wasser? Und wie? Ja. Keine Ahnung. Steht halt einfach das Wasser drin. In unserer Küche? Ja. Hä? Wir haben das gemacht, was wir immer machen, wenn wir zur Pause sind, richtig abzuwaschen. Wir haben es eingelegt. Ja, aber doch nicht die ganze Spüle, die ist bis zum Rand voll. Ich hab dich ja voll gepisst. Es wird versucht, Chips runterzuspülen. Fresse. Micha, hast du das mitbekommen? Nein, hat er nicht und es ist auch vollkommen okay so. Ach, hör mal. Felix hat vor kurzem irgendwie Chips transportiert mit seinem Rucksack. Und die sind aufgegangen und dabei hat er halt die ganzen Chips in seinem Rucksack drin. Dann hat er sich gedacht, das Glückste wäre, wenn ich das alles in die Badewanne werfe. Und dann runterspüle. Wobei Chips werden ja alles, aber keine fette, gelbe, eklige Masse, die nie im Leben runterzuspülen gibt. Und sich mit den Haaren, die schon drin waren, noch vermischt. Ich habe halt nur einen Felix aufgefunden, weil ich irgendwas mit ihm besprechen wollte. Und habe ihm in der Badewanne knient vorgefunden, wie er das gerade aufgeschraubt hat. Und er hat die übelste Kartoffelmasse. Oh, Junge. Warum wirfst du es hier nicht einfach in den Müll einfach? Das frag ich mich halt auch. Was war denn dein Plan? Runterzuspülen und niemals wieder zu singen. So, das funktioniert hier alles nicht so. Was müssen wir überhaupt tun? Na und mit dem Ball hier, guck mal. Das ist doch nicht ein Ball für nichts. Da müssen wir einen Ball rein tun. Ja, na und wie kriegen wir den da raus? Damit er so richtig schön gefriert wird. Hier rein tun. Nein, da kam die raus. Ist doch egal. Gehen wir doch zurück. In dein Loch. Ah, warte. Man kann durch diese Dinger hier durchschießen. Durch die Gitters. Stimmt. So. Du musst ihn nehmen. Okay. Das sieht so traurig aus. Okay. Okay. Nub, Alter. Das hätte ich gesagt, ein bisschen schwach, dass das neu erklärt wird, dass dieser Ball Laser unterbrechen kann. Ja. Und jetzt wird es einfach vorausgesetzt, dass du das checkst. Irgendwie. Also das ist nicht ganz gut. Wenn du so an Felix Skill bei Portal denkst, was ist denn das erste, was dir einfällt? Naja, also das erste, was mir so einfällt, ist so... Wieso ein behinderter Benjamin Blümchen? Behind-Jamin Blümchen? Hallo, was du? Das wirst du gerade sagen. Weil du spielst eigentlich mäßiger als der Felix. Nehmt euch beide nicht viel. Ah, okay. Okay, Micha? Ich bin's. Benjamin. Benjamin. Blümchen. Blümchen. Soll ich mal meine Chips in die Bade von der Wehr finden? Mmmmm. Ja, Junge, es kommt nicht vorbei. Ja, siehst du mal. So. Und wo sollen die rauskommen? Das will ich es schaffen. Da oben erstmal. Ne, mach doch hier. Hier müsste ich den fangen können. Geht das? Ne, das geht nicht. Da ist die Wand dazwischen. Ne. To get the magic. Wo kommen denn die Bälle überhaupt hin? Wo kommen denn die Bälle überhaupt hin? Wo kommen denn die Bälle überhaupt hin? Ich hab ne Idee. Warte, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Du musst ihn jetzt fangen. Unbedingt. Bis auf. Wieso ist er da einfach ganz traurig aus diesem Loch rausgerollt? Okay, mach das so. Ne, man kann den nicht fangen, der ist überdeckt. Nein, weil, wenn ich das Portal ersetze... Naja, dann fliegt der hier runter. Ich weiß, aber ich glaub nicht, dass ich den da fangen kann. Probier's nochmal. Bei der Wellen. Wie wer denn nicht das Portal nimmt, was zu entlang ist? Bei der equilibrieren? Wie. Du lieber Mongophant. Nee, das geht trotzdem noch in deine Richtung. So muss das nicht. Das macht Sinn. Nee, das macht den sie gar keinen Sinn. Nein, das macht den sie gar keinen Sinn. Oder? Du bist so. halt diesen Ball. Ich bin taub. Ich glaub du bist einfach nur Billy. Sagt Billy. Wir müssen halt eins hier machen. Meins hier, hier. Ist das denn überhaupt, muss der Ball hier hinfallen? Guck mal da oben. Ich kann den selber fangen. Oder du musst ihn fangen. Lass mal aufpassen, wo der jetzt hinfliegt. Jetzt hat es halt aber noch alles vorhin. Kommt der angeschossen, fliegt ins Nichts. Ja der muss schon hin. Guck mal, dann kann ich den hier so fangen. Ja wie soll ich denn das brutal machen? Ich weiß schon nicht. Ähhh, wir... Warte. Kann ich. Offensichtlich müssen wir ja das dort machen. Da kann von dort aus halt nichts weiter groß machen. Aber dann fliegt der halt einfach nach Pakistan. So. Wir machen. Riesig. Warte mal. Jetzt kann ich da hoch. Doch. Lotte, lass mich. Kommst da nicht hoch. Nein, es geht nicht. Kommst da nicht hoch. Du kommst halt nicht hier drüber. Du kommst du. Du kommst da nicht hoch. Du kommst da nicht hoch. Du kommst da nicht hoch. Ja, das ist denn so. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja, ist das so weitergibt. Und jetzt mach mal das gleiche. Ja, das finden wir wohl nie raus. Schade. Oder in der nächsten Folge! Und let's escalate! Mit uns gehen auch Flecken raus. Auch die Schlimmen.